Hallo zusammen und willkommen zum neuen Video. Wir sind an den Wechseltrails und ich zeige euch den Flowtrail von ein bisschen weiter oben. Man muss ja noch so 100 Höhenmeter hochkurbeln und kann man es ja noch mitnehmen. Den Weg muss man rauf fahren, aber ist ganz nett. Oh, es ist weiter hier. Das war's. 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 Wir stehen am dritten Weg rum. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020